Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Bundesliga-Prognose. Der elfte Spieltag steht vor der Tür und somit wird es Zeit für meine neuen Prognosen und das für folgende neun Partien. Am Freitagabend empfing Mainz 05 den 1. FC Köln. Am Samstag in der Konferenz haben wir Freiburg gegen Bremen, Hoffenheim gegen Bayern, Augsburg gegen Leipzig, Dorbbrück gegen Stuttgart und Leverkusen gegen Wolfsburg. Samstagabend das Topspiel der Woche im Borussia-Park, Gladbach gegen Frankfurt und am Sonntag sind noch die beiden Berliner Vereine am Start. Union Berlin ist zu Gast beim VfL Bochum und die Hertha aus Berlin empfängt Schalke. Somit sind das die neun Spiele und jetzt gibt es natürlich wie gewohnt für jedes Spiel eine Prognose. Auch ganz normal in diesem Format ist aber natürlich erstmal der Blick zurück auf den vergangenen Spieltag und dort sehen wir vier grüne Häkchen, was prinzipiell erstmal in Ordnung ist. Es war aber auch teilweise ärgerlich, beispielsweise mit meiner ersten Prediction. Allein schon, weil ich ja gesagt habe, zwischen der 60. und 80. Minute trifft die TSG. Ja, man hat ja am Ende 3-0 gewinnen können und man hat vor der 60. Minute alle drei Tore geschossen und das allerletzte fiel in der 59. Deswegen war ich da schon wirklich sehr nah dran, aber es hat leider eben nicht gepasst. Passte hat oder gepasst hat es auf jeden Fall bei Frankfurt gegen Leverkusen. Mit meiner Prognose, dass mindestens vier Tore fallen. Ich habe mir gedacht, es wird torreich. Hätte zwar gedacht, es wird ein bisschen gleichmäßiger verteilt, aber gut, am Ende 5 zu 1 Sieg für Frankfurt. Sechs Tore sind gefallen. Somit war das auf jeden Fall richtig. Richtig lag ich auch bei Stuttgart, dass die gegen Bochum in Führung gehen werden. Haben ja das 1 zu 0 bereits nach drei Minuten gemacht. Führten ja sogar zwischendurch 2 zu 0. Am Ende 4 zu 1 gewonnen. Also auch das passte. Knapp daneben lag ich bei Wolfsburg, dass sie nur ein Tor, wenn überhaupt, schießen. Sie haben zwei geschossen. Hätten sogar noch ein drittes machen können. Also ja, da war ich auf jeden Fall falsch. Genauso wie bei Bremen. Und das hat mich dann doch überrascht, dass nichtmals ein Tor gefallen ist. Ich hatte ja gesagt, Bremen schießt mindestens zwei Tore. Am Ende ja 0 zu 2 verloren. Leipzig gegen Hertha. Ein wildes Spiel. Krasse Halbzeiten im Vergleich. Und ich hatte ja gesagt, Halbzeit 2 fallen generell mehr Tore. Ja, leider war auch das knapp dran vorbei. Denn in der Halbzeit 1 fehlen ja 3. RB führte ja schon 3 zu 0. In der Halbzeit 2 fehlen halt 2 für die Hertha. Und somit, ja, war das leider genau falsch herum. Dafür lag ich wieder bei Köln richtig. Und das auch, ja, relativ klar, dass Köln mehr Schüsse abgibt. Laut dem Kicker. Köln 15 Torschüsse. Augsburg gerade mal 5. Union gegen Dortmund dachte ich, dass das auf jeden Fall ein enges Duell generell wird. Aber wenn man das auch auf dem Platz sehen wird, dass sich die Ballbesitzphase auch abwechseln. Und hat ja gesagt, kein Team hat mehr als 60% Ballbesitz. Am Ende lag ich damit aber komplett falsch. Denn Dortmund hatte 77%, sprich Union 23. Lag sicherlich auch an der frühen oder relativ frühen 2 zu 0 Führung, dass Union erst recht weniger den Ball haben wollte. Aber da war ich natürlich schon weiter weg. Dafür lag ich bei Bayern gegen Freiburg wiederum sehr nah dran. Es werden mindestens 20 Schüsse abgegeben. Denn am Ende gab es laut dem Kicker 22 Schüsse. Also gar nicht mal so klar, wie man das vielleicht gedacht hätte, dass es hier ein Offensivfeuerwerk geben wird. Vor allem halt von Bayern-Seite war es so. Von Freiburg aber nicht zwingend. Und deswegen war ich nur knapp dran. Aber ich war eben dran. Mit mindestens 20 Schüsse. Somit 4 von 9 richtig. Ist in Ordnung. Sollte man diese Woche möglicherweise aber auch toppen können. Und deswegen starten wir rein in diese Bundesliga-Woche mit dem Spiel Mainz gegen Köln. Letzte Woche hat der DFC gewonnen gegen Augsburg. Mainz hat gewonnen gegen Bremen. Sprich beide Teams kommen aus einer guten Woche und wollen natürlich auch genau so weitermachen. Rein tabellarisch gesehen ist es da Platz 11 gegen Platz 7. Aber die beiden Teams trennen gerade mal einen Punkt. Und ich sehe sie auch ungefähr auf einer Höhe. Und deswegen sage ich, wenn wir hier einen Sieger sehen, dann gewinnt derjenige mit höchstens einem Tor Differenz. Sprich 1-0, 2-1, 3-2 und so weiter und so fort. Solche Ergebnisse stelle ich mir vor, wenn es einen Sieger gibt. Klar, wenn es keinen Sieger gibt, ist meine Prognose hinfällig. Aber wenn es einen Sieger gibt, dann auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Freiburg gegen Bremen, zwei Verlierer des vergangenen Wochenendes, zumindest rein faktisch betrachtet. Freiburg hat gegen Bayern verloren, Bremen gegen Mainz. Natürlich ist aber auch klar, dass beide mit die großen Gewinner der ganzen Saison sind, weil sie einfach eine richtig starke Serie bis hierhin spielen. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass beide jetzt nicht durch die Pleite letzte Woche irgendwas anders machen oder auf einmal nervös werden oder was weiß ich. Nein, beide werden ihren Stiefel weiterhin durchziehen. Freiburg mit tollem Offensivfußball, Bremen mit sehr viel Tempo, aber eben auch mit guten Offensivaktionen. Und ich glaube, genau das werden wir dann auch auf beiden Seiten sehen. Es wird ein gutes Fußballspiel. Es wird vor allem auch offensiv gestaltet sein von beiden. Und deswegen werden hier mindestens 20 Schüsse abgegeben. Hoffenheim empfängt den FC Bayern München. Und damit haben wir auch zwei Teams, die letzte Woche gewinnen konnten. Hoffenheim mit 3 zu 0 auf Schalke. Relativ ungefährdet. Bayern mit 5 zu 0 gegen Freiburg. Auch das war ungefährdet. Ansonsten ist das tabellarisch. Platz 4 gegen Platz 2. Nur zwei Punkte zwischen Hoffenheim und Bayern. Und ich denke mal, das sagt natürlich schon sehr, sehr viel aus. Beim FCB hat man ja letzte Woche auch, wie schon in der Champions League, diese spielerische Leichtigkeit gesehen, die ein bisschen auch zurückgekehrt ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie man es jetzt offensiv macht. Bedingt, weil der Leroy Sané sich verletzt hat. Thomas Müller ist aber dafür zurück. Also das wird wieder ein sehr, sehr interessantes Puzzle, was Julian Nagelsmann dort erledigen wird. Und ich sage, wie auch schon in der Vorwoche, wird Sadio Mane ein Tor machen. Augsburg empfängt RB Leipzig und will die Pleite gegen Köln wieder gut machen. Es war sicherlich in Summe verdient, dass man dieses Spiel verloren hat. Man steht aber natürlich immer noch richtig gut da. RB Leipzig konnte letzte Woche Hertha BSC besiegen, dank einer guten, effizienten ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit musste man sogar teilweise wieder zittern. Nach dem 3-0 konnte man ja immerhin dann aber das Ding noch mit 3 zu 2 gewinnen. Jetzt fährt man also nach Augsburg, ist für mich der Favorit. Und ich glaube, man will auf jeden Fall den nächsten Sieg, um einfach jetzt mal endgültig wieder oben unter die vielleicht Top 6, Top 7 reinzustoßen. Man ist punktemäßig nicht weit weg, aber dass man eben auch wirklich mal wieder in dieser Gruppe mit dabei ist. Und das wird man von Anfang an sehen. Deswegen sage ich, RB macht ein Tor in Halbzeit 1. Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Und das ist ja ein Spiel, was immer wieder wild ist, was immer wieder für Spektakel sorgt. Vor allem, wenn man an diese Duelle in Dortmund denkt vor ein paar Jahren, dieser deutliche Sieg von Stuttgart schon ein paar Jahre mehr her, dieses wilde 4 zu 4. Vielleicht werden wir sowas diese Woche auch wieder sehen, denn beide Teams kommen aus einer interessanten Vorwoche. Dortmund hat nämlich verloren, 0 zu 2 gegen Union. Da muss eine Reaktion her. Stuttgart hat gewonnen, 4 zu 1 gegen Bochum. Da soll die nächste Reaktion her. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, wie da beide Teams performen werden. Glaube aber schon, dass Dortmund von Beginn an zeigen will, was man kann und was man will. Und natürlich will man dieses Spiel gewinnen. Man will wieder nach oben. Man will oben mitspielen. Und deswegen wird der BVB hier auch in Führung gehen. Leverkusen empfängt den VfL Wolfsburg. Und das ist von den Namen her sicherlich ein Duell, wo man beide Teams so ungefähr um Europa mitspielen sehen würde. Ja, und wenn man da mal auf die Tabelle sieht, ist das ein Duell im Abstiegskampf. Leverkusen ist 16. Wolfsburg ist 13. Und beide kommen nicht so richtig in den Tritt. Bei Wolfsburg ist das schon durchaus besser geworden. Ja, aber Leverkusen ist jetzt die Alonso-Bilanz bislang noch nicht ganz so überragend. Drei Pflichtspiele, ein Sieg, zwei Pleiten. Trotzdem kein Grund, jetzt alles wieder schlecht zu reden nach der Pleite letzte Woche in Frankfurt mit diesem 1 zu 5. Ich glaube, beide Teams werden das Spiel nutzen wollen, um natürlich jetzt auch im besten Fall eine Serie zu starten. Ich traue auch beiden Teams zu, dieses Ding zu gewinnen. Und glaube auch, dass wir einige Tore sehen. Und hier fallen nämlich mindestens drei Tore. Hier wird auf Sieg gespielt. Top-Spiel der Woche im Borussia-Park. Wie vorhin schon angerissen, Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Das ist Platz 6 gegen Platz 5. Ein Punkt zwischen den beiden Teams. Und ich finde, es sind auch zwei Mannschaften, die durchaus auf Augenhöhe sind. In Summe spielen sie eine gute Saison, haben aber auch immer mal wieder so ein, zwei Ausreißer dabei. Im negativen Sinne, wo auf einmal Spiele verloren werden. Wie zum Beispiel Gladbach in Bremen oder Frankfurt in Bochum. Jetzt treffen sie aufeinander. Wie gesagt, ich sehe es durchaus ausgeglichen. Ich glaube aber auch, dass in dem Spiel beide Teams direkt mal zeigen wollen, was sie können. Und deswegen ist meine Prognose, in Halbzeit 1 treffen beide. Bochum gegen Union Berlin ist von den Namen her jetzt sicherlich kein Spiel, wo man Fußballspektakel erwartet, wo man offensiven Kombinationsfußball erwartet. Was man mal sicherlich erwarten kann, ist Kampf, Leidenschaft und Emotion. Und ich glaube, das sind auch die Grundtugenden beider Vereine. Und genau damit können sie sicherlich auch am Sonntag erfolgreich sein. Union hat genau auch damit wieder letzte Woche Borussia Dortmund geschlagen mit 2 zu 0. Bochum gegen Stuttgart-Baden mit 1 zu 4. Trotzdem war es nicht so schlecht, wie das Ergebnis war. Und deswegen hat man sicherlich auch gegen Union Berlin wieder eine Chance, vielleicht einen Punkt sogar mitzunehmen. Ich bin sehr gespannt auf das Duell. Ich glaube auf jeden Fall daran, dass es intensiv wird, dass man mehr über den Kampf als über das Spielerische kommt. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn meine Prognose aufgeht. Und die lautet, es gibt mindestens 5 gelbe Karten in Summe. Und dann haben wir noch, zu guter Letzt, ein Duell im Abstiegskampf. Hertha BSC gegen den FC Schalke 04. Die Berliner sind 15. Schalke ist 17. 2 Punkte trennen die beiden Teams, sprich sind nicht so weit voneinander weg. Wobei der Trend dann schon für Hertha spricht. Und ich glaube, das kann man schon ganz klar so sagen. Schalke mit 4 Pleiten in Folge hat große Probleme. Es gibt viel Diskussion rund um Frank Kramer. Auch das ist wahrscheinlich das nächste Endspiel. Die Hertha hat zwar letzte Woche gegen Leipzig 2 zu 3 verloren, aber eine sehr, sehr gute Reaktion. Halbzeit hat 2 gezeichnet. Generell hat man das Gefühl, das Team, der Fußball, wie man ihn spielen möchte, plus Anro Schwarz, das wächst immer besser zusammen. Und das kann auf jeden Fall so funktionieren. Hier glaube ich ähnlich wie bei Bochum gegen Union an ein sehr, sehr zähes Ding. Hertha setzt sehr, sehr gerne auf Umschaltaktion, auf hohes Pressing. Da ist halt die Frage, wie viel bietet Schalke da an, wenn sie vielleicht eher auf defensive Stabilität gehen. Und aufgrund dessen komme ich zu meinem Tipp, dass hier höchstens 3 Tore fallen werden. Und somit sind das meine neuen Prognosen für den 11. Spieltag in der Bundesliga. Gleich kommt dann noch mein Tipp-Video online. Zu jedem Spiel natürlich nochmal den spezifischen Spieltipp. Schaut auch dort gerne nochmal vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.